Okay, ich renne jetzt da hoch und handkafe ihn. Ohne irgendeine Waffe. Mal gucken. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, aber es wäre schon lustig. Auf jeden Fall ein Fulgeli, der da oben rumläuft. Hab ich gehandkaft? Nein, echt? Doch, den Fulgeli-Typen. Ich komme. Ich hab die Saft. Oder er schieße mit seiner eigenen... Ja, ich hab seine Saft, ja. Nein, nein, nein. Du bist so, der Assi. Jetzt muss nur schreiben, recorded. Ja, lass mal warten. Kommst du grad hoch? Nein. Okay, warte, den du nicht bekommst. What the fuck? Bin ich der größte Assi, den es gibt auf dieser Erde? Hier gibt's Stolperdraht-Mine. Stell mal eine Stolperdraht-Mine hier hin. Holy fuck. Komm nicht in den Tower, gell? Stell eine Stolperdraht-Mine. What the fuck, Jonas? Geh mal hinten auf den kleinen Turm. Oder eigentlich würde ich gern auf den He-Man-Turm gehen. Ich komm da halt echt grad gar nicht drauf, klar, ne? Kannst du mich mal kurz safen, dann geh ich auf den He-Man-Turm. Ähm, gleich, gleich, gleich. Warte kurz, ich muss mich hier noch erkürpen. Ich hab halt nur ganz schnell seine Safi genommen. Oh, fuck, man. Gib mir Deckung. Äh, nö, du rennst schön. Okay, ich mach jetzt mal Aufnahme weg.